So, aber diesmal lassen wir uns nichts gefallen und werden uns zur Wehr setzen. Definitiv. Wir machen erst mal die Hunde platt. Oh, kommt der jetzt hier um die Ecke? Komm her, du Hund. Du schießt schon rum? Nee. Also einen Hund habe ich gerade platt gemacht. Aber ich bin noch gar nicht im Level. Echt? Ja. Okay. Das ist ja ein Ding. Ja, du stehst, das ist ja geil. Du stehst hier so rum. Hallo. Uh. Ah, jetzt? Ah, jetzt bewegst du dich. Alter, und auf der Karte ist nichts. Ich bin in einer Wüste. Das ist ja geil. Was ist denn da passiert? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ach so, ich bin hier, hier, vor dir. Ah ja, sehr gut. Dann können wir ja los. Ich habe gerade zwei Hunde schon platt gemacht. Alter, er baut bei mir gerade das Level auf. Alter. Oh. Das ist ja krass. Aber liegt das an der Leitung, oder ist das... Nee, ich hatte noch gewisse Sachen im Hintergrund laufen, die euch jetzt... Oh, wir haben den schon gefunden. Oh, das geht aber fix. Dann mach mal den jetzt gleich platt und renn raus. Ja. Auf jeden Fall. Komm, ihr Schweinchen dick. Soll ich Schweinchen dick auch mal... Oh, da ist er. Kommt er. Oh. Aua. Vorsicht, wer kommt. Oh. Haben wir ihn denn getroffen mit der Dynamitstange? Ich brauche ein bisschen. Ja. Oh, der läuft immer bei dir hinterher. Jetzt will ich ja... Oh, wo ist denn jetzt? Hat er mich angezündet, der Arsch. Oh, jetzt bin ich wieder weglaufen. Wo ist der denn? Ist er bei dir? Ja, war bei mir eben. Ich hab's ihm gerade noch mal ein bisschen besorgt, aber... Jo. Oh, jetzt hat er mich auch angezündet. Ich hab aber Munition auch gesammelt. Oh, jetzt hat er mich wieder angezündet. Jetzt hat er dich wieder angekokelt. Ja. Immer wieder. Oh, jetzt löscht ich doch mal hier. Gibt's doch nicht. Vorsicht, ja, komm. Muss ich mal nachladen, ja? Wie weit ist er daumen? Oh. So. Pistole. So, jetzt müsste ich wieder erschließen können. Jo. Jo. Er ist platt. Mach ihn mal gleich. Ich verbanne ihm gleich mal, ne? Wo sind die Eingänge? Ich hab eine Falle mit. Ah, hier ist gut, hier ist gut. Hm. Hm. So weit zu machen. Das ging aber echt fix. Also hier ist eine Falle, musst du aufpassen, falls du da raus willst. Hm. Hey, jetzt brauche ich noch irgendwo gab's Munition hier. Ja, warte mal, ich hätte auch schon welche eingesammelt. Ich gucke mal, ich glaube hier hinten war irgendwo was. Ja, da geht's nach draußen. Wo hab ich die denn gesehen? Das war unten, oder? Kann man ja sagen. Ja, ich hätte, glaube ich, unten und oben irgendwie Munition gehabt, aber... Komisch. Ah, ich hab's... Ne, doch nicht. Ich hab, äh, das war nur Lampen. Oh Gott. Auch die drinnen, ne? Ah, ich hab's. Hab's. Da. Okay. Ich hab's mal markiert. Ja, sehr gut, dank. Boah, super. Es gab noch irgendwo eine. Ja. Ich hoffe nicht, dass wir gleich angegriffen werden. Ja, das hoffe ich auch. Ich versuche noch mal ein bisschen. Ja, diese, ähm, Petroleum... Petroleum Lampen sind immer die, die ich dann sehe, anstatt hier diesen Kasten. Kasten? Ja. Aber es war, glaube ich, unten war auch noch Munition irgendwo. Ja, unten denk ich auch. Hm. Ne, unten nicht. Da ist die Falle. Genau, da aufpassen, weil das ist so eine Drahtfalle. Ja. Oh, 66 Prozent. Das gibt's auch nicht. Ich hab die doch vorhin sogar noch gesehen und da noch was eingesammelt. Oh, gut. Oh. Ich war oben, ich hab auch die Kiste gefunden. Ah. Und oben ist dieser beschissene Gegner, ja? Hm. Hm. Der heißt sogar AIMBOT. Ach. Alter, geil. Oh Gott. Was mach ich ohne meinen Fragmentee, ey? Das wird doch wieder nix. Klar, du machst das schon. Oh, Dynamikstange. Der scheint zu... Was war denn das? Ich wurde eben voll geblendet. Ich wurde eben voll geblendet. Oh. Oh. Oh, Dynamikstange. Komm her, ihr Kamikaze. Mit ein bisschen Lautstärke geballert. Ja, jetzt hätte ich die Dynamikstange gebrauchen können. Alter, jetzt sind die Trophäen fertig. Oh. Was ist denn der Asi, ey? Da ist er. Nö? Der kommt die Treppe hoch. Rechts von dir. Okay. Oh. Da. Aber jetzt weiß ich nicht, ja. Sehr gut, du hast den erwischt, aber das war nicht der, der nicht gilt. Okay. Siehst du, da ist noch einer. Ah, scheiße. Fast. Das muss ich schon sehen. Den zweiten kriege ich immer nicht, ja. Das gibt's nicht.